Musik So, herzlich willkommen zu Teil 2 unserer Yoga-Challenge. Diesmal hat sich Henning ein paar Stellungen rausgesucht. Wenn ihr das andere Video noch nicht gesehen habt, schaut mal bitte unten in die Infobox gleich. Der erste Link ist das Video von der Challenge Teil 1. Das war auf jeden Fall richtig lustig geworden. Ich hoffe, das zweite wird jetzt genauso. Was ist das denn? Ja, okay, oder? Was kriegst du denn? Wir fangen direkt jetzt an, würde ich sagen. Muss ich dafür die Kamera umstellen? Ja, ja. Ihr werdet schon so weit? Okay, alles klar. Ich muss mich uns beide so hinlegen, Kopf an Kopf, an den Arm festhalten und dann die Beine hoch. Ja, wie krieg ich denn unten? Ja, so. Kopf an den Arm. Au, meine Haare! Habt ihr eigentlich die Macht? Okay, eins, zwei, drei. Und dann? Drei, ich weiß es nicht. Dreck, da kam jetzt viel Dreck. Das war mein Fuß. Schau dir das an. Ja. Du musst zwischen meine Beine. Ich muss zwischen deine Beine und dann auf deine... Okay, dann los. Und ich muss auf deinen Arm. Ja, ich muss auch auf deinem Popo. Und go! Zwischen! Achso! Ah! Los, runter! Ja! 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 Oh, wir haben es geschafft. So schwer war es doch ja nicht. Okay, zweites. Und jetzt kommt die Challenge hier. Hier, die hier unter mir. Gott, kannst du überhaupt eine Brücke? Das werde ich ja jetzt sehen. Nee, nächster. Gott! Mach deinen Fuß hoch, los! Äh, ich kann nicht! Das ist das Einzige, was ich kann. Eine Brücke. Okay, haben wir beide versagt. Oh Mann! Das sieht so leicht aus, wa? Das sieht so leicht aus. Das sieht so leicht aus, aber irgendwie muss man dafür sportlich sein. Hier. Nee, komm. Komm, die machen wir uns. Wie soll denn das gehen? Das ist auf deinen Füßen. Ja, das geht doch gar nicht. Alter, doch, das geht. Komm, komm, das geht. Weh, du lässt mich fallen. Mach erst mal deine Beine doch anwinkeln, damit ich mich jetzt noch raufsetzen kann. Ah! 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 Die ist doch easy, oder? Ja komm, die machen wir. Okay, schalten wir das? Oh man, das wird richtig weh tun. Schalten! Ja, es ist... Anno, lass nicht los! Die hier. Die? Die. Gehen wir die hin? Zu unten. Dann mit dem Rücken, ja? Ja. Oh Gott, nee, auf dem Po muss heben. So brauche ich mir das ausgesucht. Das ist ein Traum. Was denn? Na ja. Warte, ich hab noch gar nichts gemacht. Lass mich gleich mal fahren. Nein. Nein, wir brauchen jetzt gar nicht kuscheln. Doch, was? Wir machen jetzt gleich... Was war los angenehm? Wir machen jetzt gleich weiter. Komm. Machen wir deine Füße unter mich hoch. Ich bleibe mit dir anders. Es ist anders. Ey. Es knacks gleich. Oh Jops, look, look. Was muss ich tun? Nein. Geh dir deine Hände nach hinten. Ja. Ich muss meine... Ich schaff's nicht. Ey, ich schaff dich nicht auch. Ich schaff's nicht. Oh Mann, nein, nein. Ey, das war zu krass. Weißt du, wie das hier wegkommt? Das hätte so gut werden können. Das hätte so gut werden können. Weißt du, wie das hier zeigt? Weißt du, wie das hier zeigt? Zeckt. Ey, oah. Also ich bin der Meinung, wir haben uns richtig gut geschlagen. Ja, du musst ja auch nichts machen. Ich muss ja ständig unten liegen und die Wischel heben. Ja. Ja. Ich fand's trotzdem gar nicht mehr so schlecht. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich würde sagen, wir sehen uns einfach beim nächsten Mal. Und schreibt mal unten in die Kommentare, welche Challenge wir als nächstes machen sollen. Bis dann. Bloß du aus. Ja, wie immer. Komm, das andere drehen wir jetzt auch noch schnell. Was machst du denn? Als ob.